Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu All-Volkasse. Hallo. Wird sich wirklich so einhören, wird das sehr gut. Ne, ich glaub nicht. Also ich glaube, man hört so ein bisschen, es kommt eine Erkältung. Also kann sein, dass die nächsten Tage vielleicht nix mehr kommt. Robi kommt zurück. Aber ist vollkommen egal, weil die Leute fragen dann trotzdem, wo die Folgen bleiben, weil die das ja nicht gehört haben. Deswegen alles gut. Also danach einfach in den Kommentaren selbstständig antworten. Oh, ja. Peter ist krank. Also kann sein, kann aber auch sein, dass das morgen wieder super sexy sich anhört. Das wär der Hammer. Oh ja. Kaufe jetzt unser geiles Outfit. Sollte das hier hin, Peter? Hier? Er fängt schon an zu bauen. Ja, wir haben heute was richtig geiles vor. Also wirklich was sehres. Ich mach nen Weg. Ja genau, du machst nen Weg. Das ist super geil. Aber das hat alles seinen Grund. Denn hier kommt was richtig geiles hin. Das ist mega, sehr geiles. Ja, habt ihr wahrscheinlich eh schon noch Thumbnail gesehen, aber wie das im Kompletten aussieht. Das seht ihr jetzt. So, natürlich haben wir wieder eine wunderschöne Straße am Start. Wie immer. Ja. Wir sind halt immer noch das reichste Königreich. Genau. Oh ja, der ist einem zu lang geworden. Nur unser Bauamt ist ein bisschen langsam. Deswegen sind manche Bauwerke halt noch nicht fertig wie die Burg da oben. Ja, die kriegen so wenig Steuern. Ich hab das schon mitbekommen. Die haben sich die ganze Zeit beschwert darüber. Ich glaub, wir müssen mal alle kaputt schlagen in dem Projekt und mal ein bisschen was einsammeln hier von den Leuten. Ja, stimmt. Ja, das ist auch einfach, weißt du, wir haben halt noch nicht so viele Bauern zur Zeit. Da kann man halt noch nicht so viele Steuern eintreiben. Das ist, glaub ich, das Problem daran. Bauern null. Genau. Steuern null. Jetzt zeigen wir alles aus eigener Kasse hier. Eben. Das ist ja der Wahnsinn, Alter. Der Wahnsinn. Guck mal, das ist auch schon passt so. Ich glaub, die müssen noch ein bisschen fetter werden danach. Ich glaub, meine Schaufel ist immer zu laut. Wer Heiko nicht hört, muss bei ihm auf dem Kanal gucken. Dankeschön. So, passt mal up. Weil genau, hinter mir arbeitet auch gerade eine Quarry. Quarry, Quarry. Und ich, und ich arbeite auch. Hallo. Ne, 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 du arbeitest nicht. Okay, okay. Hä, warte mal, hä? Ich baue schon mal jetzt, das geile Ding, ne? Ja, 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 ja. Ja, mach geiles Ding, du. Um zu gucken, wie er aussieht. Ich wollte ja nur die... Jetzt ist hier ein unsichtbarer Block. Ich hasse Minecraft manchmal, ne? Ah, hier. Nein. Doch manchmal schon. Das meint der Peter gar nicht so. Ja, dann nicht. Das ist wundervoll. Also bei Bugs, ne? Loll. Bugs. Was passiert? Hast du gewusst, dass man in der Workbench hin- und herswitchen kann? Nein. In welcher? Zum Beispiel in der Crafting Station über dem Warehouse. Ja, weil wenn es mehr Rezepte gibt für einen Teil. Ja. Es gibt einen Major und einen Minor. Oh, Loll. Wat? Ja. Junge. Junge. Warte, wir wollen ja eh mehr davon, ne? Boah, gibt da eine coole. Ah ja, genau. Ich mache das jetzt erstmal fertig den Weg. So, hör mal. So, ich zwei? Ja. Zack. Oh, oh, oh. Alle fertig, Peter. Und? Oh, zwei fertig. Meinst du, da steht die denn gut? Ja, weiß ich nicht. Steht die da gut? Ja, doch. Wollte ich nur verunsichern. Kennst du doch. Okay. Oh nein, mein Wasser. So hört sich das dann bei mir an. Oh nein, mein Wasser. Ja. Was ist da los? So, hier hin. Und ich habe gehört, du kannst mal streamen, ne? Ja, hoffentlich. Ja, der macht immer noch heiß, der Bürgermeister. Das ist eigentlich ein Wichser. Hoffentlich. Wir haben jetzt schnelles Internet. Ja, wurde jetzt wirklich endlich mal ausgebaut. Also, es gab einen Zeitungsartikel, dass es in Betrieb genommen wurde, das Internet. Ja, aber nicht bei dir. Ja, ich wurde schon unsichert direkt, weil jemand geschrieben hat, nur 5000 von 7000 Haushalten sind bis jetzt dran. Der Rest folgt Ende des Jahres. Ja, von den weiteren 3000 von 15.000. Wow, eine Kanone. Krass. Kann man so hoch und runter, aber man kann nicht zur Seite irgendwie. Oder ich zumindest nicht. Doch, geht, geht, geht. Wie? Weiß ich nicht. Mit A und D wurde mir mal gesagt, aber... Kommt auf die Bindings an. Binding, ey. Genau. Das kann ich jetzt so machen hier. Zack. Aber ich hätte ja gerne noch ein bisschen, weiß ich nicht, mehr hervorgehoben, wenn du weißt, was ich meine. Ja, du kannst sie natürlich noch schöner bauen, ne? Und wie? Ja, du reißt sie ab und machst eine richtig fette Schiss- und Bitzkanone hinterher. Eine, die nicht funktioniert. Okay. Aber fett aussieht. Jetzt weiß ich nicht, wie du das Tor drüben gebaut hast. Ich renne mal eben rüber. Yo. Gut, dass das nur drei Sekunden dauert bei unseren Wegen. Wegen aktiviert. Wird das etwa Zeit für einen... Nein, aber die gibt es doch bei Heiden. Gibt es die schon? Ja. Nice. Jetzt brauche ich ja nur noch meinen Mega. Nicht so gut. Genau. Okay. Wie haben wir denn das Tor gemacht? Kannst du ein Chiseldesign mitbringen für die Treppen? Am Orsch. Welche Treppen? Für die Stonebrick-Treppen. Ja. Am Orsch. Am Orsch. Ich glaube nicht, dass du das so hinkriegst wie hier. Hi, Bob. Hi, Bob. Schiseldesign. Warte mal. Und Dark Oakwood-Fences. Geht das auch? Alter. Ist kein Schiseldesign. Doch hier. Hoch oder runter? Was hoch, runter? Ach so. Äh. Ja, normal. Dann gebe ich dir mal eins, was schon besetzt ist. Und Oak-Fences. Und Oak-Fences. Right, man? Dark Oak-Fences. Was ist denn da jetzt los? Warum passt das da nicht? Boah, wenn ich neben den Beacon auf dem Weg esse, bin ich so schnell wie manche andere, der rennt. Geil. Ja. Bringt euch da. Hui. Aua. Hui. Aua. Oh, Steine sind alle. Muss ich nochmal rüber gehen. Hi. Hier, hast du Steine, Steine. Oh, nee. Fences. Schissel, Schissel. Boah, 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 boah. Und hier unten machen wir einen Gargäule. Da bringt er die Falschen mit. Guck mal, ich habe einen Gargäule hingesetzt. Kennst du den schon? Der ist aber echt mickrig. Oh, lol. Oh, lol. Ich meine, den können wir vielleicht wirklich aus Schisseln-Bits ein bisschen größer bauen. Ja, denke ich mir auch. Harko. Ja. Ich habe mich vertan. Hier vorne muss ja noch das Tor hin. Oh, das ist aber schade. Ich habe gerne einen Schissel. Hast du einen Schissel? Also einen Schissel-Bits-Schissel? Ja. Boah, mein Gott. Was für eine geile Sau. Weißt du, wenn du das, das, das... Mega vorbereitet. Oh, ja. Dankeschön. Musst du mal rüber gehen. Für was? Ich habe übrigens 38 Gargäules noch. Ich habe 40 Gargäules gebaut. Oh. Ich dachte, die wären geil, weil alle gesagt haben, bau Gargäules. Ich wusste ja nicht, dass die nur so groß sind wie eine Katze. Ja, stimmt. Die sollten schon größer sein. Eigentlich schon. Ah, rechts und links daneben. Okay, gut. Bei Harry Potter machen. Wir bauen so riesige Dinger. Kannst du Laternen mitbringen? Zu spät. Schade. Ähm. So riesige Statuen, die in die Mauer eingesetzt sind, weißt du? Ja. Die wir dann aktivieren können. Und dann kommen die ja praktisch raus und kämpfen für uns. Oh. Boah. 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 So, warte mal. Das heißt, wir brauchen das... Boah, ist ja ein bisschen schwierig, aber müsste eigentlich gehen. Rechts und links davon. Ah, okay. Gehen. Ich glaube, ich muss da kurz dir dein Design ändern in der Decke. Oh, oh. Achso, habe ich drüben auch gemacht, glaube ich. Ja, weiß ich. Ganz doof. Ich glaube, der hier muss weg. Ah, toll. Runtergefallen. So etwas kann man dann leider nicht wirklich erarbeiten. Du kannst es ja nicht erarbeiten. Denn das muss ja dann da bleiben, wenn du weißt, was ich meine. Jetzt muss die ganze Decke weg, krass. Ehrlich? Ja, fast. Oh. In der Mitte, das lässt man auf jeden Fall. Ich muss das unbedingt gleich aufheben. Da sind ganz viele Schiss und Bitstram, die ich noch brauche. Allerdings auch zu wenig. Und es ist schon wieder fucking dunkel hier, ne? Ehrlich? Geil-O-Matico. Ähä. Ähä. Oh, cool. Ah, nicht genug. Brauchst du mehr? Das ist nicht so gut. Nee, ich hätte ein Bit-Bag gebraucht, aber... Ach, was? Mach's wie der Peter. Hau einfach raus. Ja, hab ich. Liegt ja alles voll. Außer gezeichnet. Oh, dass mein Inventar nicht genug Bits beherbergt, um... Ach, lol. Um mal, um mal. ...einen zu bauen. Einzubauen. Ja, ist natürlich dann mega ärgerlich, ne? Deswegen muss ich jetzt... Oh. Oh, ich kann dich nicht mal Ando machen. Mega. Ja, weil, genau. Du kannst auch kein Ando machen, weil du nicht genug Platz im Inventar hast. hier natürlich die anderen Treppen mitnehmen können und hoffen, dass ich direkt wieder setzen kann. Aber das wird wohl nichts. Ich glaube, das war so. Müssen wir alleine mal gucken, Junge. Junge. Sind hier die Fences drin, Mann? Ach, nein, ey. Heiko, wie hast du denn gemacht, dass du wieder drücken kannst hier mit Z? Äh, ja, halt mit Z gedrückt, ne? Alles geresettet, so. Glaube. Ah, okay. Ah, okay. Okay. Kannst du mal machen. Controls. Es gibt übrigens ein Chisels und Bits-Bag. Da bleiben wir nicht alle hier liegen. Ach, stimmt. Kriegst bestimmt das Coole. Gib den Heiko coole Tipps für Chisels und Bits. Der hat damit noch nicht viel gemacht, ehrlich gesagt. Wir haben auf seinen Kanal geguckt. Super easy. So. Bin dann noch Anfänger. Chisels und Bits, Anfänger. Add Chisels und Bits. Außer ein Fünf-Millionen-Projekt. Mit Fünf-Millionen-Bits. Fünf-Millionen. Hat nur 80 Stunden gedauert. 80 Stunden. Ging rucki zucki. Wird eine Lantern haben, ne? Eine Mund. Kannst schlafen gehen. Ja, können wir vereinbaren. Dankeschön. So, mehr Lanterns. Ah, jetzt geht's auch wieder. Nice. Mich hingeläht. Fett. Aua. Und? Guten Morgen. Passt das noch? Ich hoffe schon. Second Gate Position. Oh, das ist aber fett, Alter. Und geht ab. War ein bisschen Zombie gespawnt. Ich glaube, wenn das oben rausfahren würde, würde es oben aus dem Schloss kommen. Stimmt. Aber ist okay. Zum Glück ist das hier nicht so. Aber warte mal, genau. Die Blöcke hier vorne müssen alle weg, weil da kommt ja die Zugbrücke hin. Yeah. Fragt mich zwar immer, wo dieser vollkackte Zug dann ist, aber... Ja, das ist ja wirklich, ne? Ich meine, das macht ja gar keinen Sinn. Für was braucht man denn die Zugbrücke, wenn man... Es gibt ja noch gar keine Züge hier. Ja, eben. Wir sind ja nicht im Wilden West dann. Oh, Nice Project Approved. Approved. Warte, wie hieß das nochmal? Da gab's nochmal eins, ne? Minecraft. Warte, komm gleich drauf. Minecraft West. Desperados. Desperados. Das kam direkt nach Leben. Leben? Leben. Aber nur für die coole Boys. Ähm. Euch irgend ein Zombie? Hier nochmal eins, zwei, drei, vier und dann zwei. Vier und zwei. Hör auf, Alter. Hör auf. Hör mir auf. Zack. Ich glaube, so war es auch wirklich drüben gebaut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Der wirft immer alles weg. Warum? Ich guck gleich, was du da gebaut hast. Junge. Okay. Endlich können wir dann mal hier abschließen, ne? Können die Leute fast nur noch über unsere Mauer rein. Obwohl, der geht glaube ich auch nicht mehr. Das glaube ich alles nicht. Da brauchen wir nur noch ganz viele Soldaten. Hier patrouillieren und alle kaputt schlagen, wenn die hier reinkommen. Junge. Oh, oh. Ich habe etwa... Hätte ich meine Axt weggelegt, Peter. Oh, oh. Wie bin ich denn da drauf gekommen? Ist ja nicht so schlimm. Die drei Level für die Axt kriegen wir auch noch zusammen. Ne, 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 ne. So, der kommt hier hin. Nehmen wir den da. Jetzt muss hier nochmal ein Bits-Design rein. Zack. Lösen wir den Berg wieder. Ausgezeichnet. Ich gucke gleich, was du da gemacht hast, Alter. Ja, genau. Genau. Ich gucke gleich, was du da gemacht hast, Alter. Ja, also bei dem anderen Tor kann ich dir vorstellen, dass es ein bisschen besser ging, weil es tiefer war. Oh, oh. Jetzt bau das doch da hin. Was ist denn los mit dem? Jetzt muss ich auf einmal dahinter. Kann man das drehen? Ja, klar kann man das drehen. Wie dreht man das nochmal? Shift-Maus? Was hin? Ja, Shift-Maus. Alles gut. Die Saison Bits? Ich bin halt der Mega-Loop. Jetzt geht's aber. Er kommt hier hin, hier hin und hier hin. Alles ausgeleuchtet. Ich denke mal, auf die Treppe machen wir, ähm... Gargoyle. Glowstone, Schüssel und Bits-Zeug. Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Okay. Nice. Weil da Laternen rein wäre, glaube ich, ein bisschen doof, oder? Also am Rand viele Laternen und in der Mitte Schüssel und Bits-Zeug. So vielleicht? Ja. Dass man die Laternen einfach wieder als Deko hat, ne? Ja, 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 ja. Das wäre der Oberhammer. So, ich habe die Second Gate Position. No. Sprinte. Sind die schon? Was? Ich war wahrscheinlich dem Biegen gewöhnt. Und wollte deswegen sehr schnell laufen. Wegen dem Laufen. Hm, so. Ich glaube, die Gates sind soweit fertig. Hm. Na, sind doch schon sehr, sehr fette Gates. Aber ist ganz cool. Oh, ey. Double Gate. Aber können wir die denn öffnen von hier? Wir müssen ja unbedingt mal eine Redstone-Schaltung dran machen. Die Gates? Stimmt. Das sollten wir echt mal machen. Weil wir können den mal runter machen von hier. Warum? Ja, weil wir doch auf die mittlere Leiste klicken müssen, oder? Und da kommen wir nicht dran. Ja, da machen wir dann die Redstone-Schaltung hin. Ja. Dafür haben wir den ganzen Platz über dem Tor. Das passt ja eigentlich perfekt. Stimmt. Dann kann uns mal einer reinlassen. Warte. Ich gehe eben hoch. So, voll lange. Bin gleich oben. Oh, jetzt muss ich hier kurz mal ein bisschen ancient warfare, ne? Was? Wo? Aim up. Aim down. Achso, du musst ja ancient warfare haben. Na dann. Hier steht turn oder ding left. Ah, jetzt sehr, sehr langsam aber. Ah, sehr, sehr geil. Ups. Hat sich echt sehr, sehr echt angehört. Ah, sehr, sehr geil. Wie schnell das geht. Kannst du mal stehen bleiben, Peter? Du machst das hier neu. Weiß nicht, wo ich gerade hinschieße. Das ist so ein kleines Problem. Oh, Leute, jetzt kann ich voll niedrig aimen. Oh, Mist, warte, ne? Was gerade? Hab ich denn das gemacht? Hä? Warum hab ich das gemacht? Hä? Warum hab ich das gemacht? Komm, stell ihn mal hin, Peter. Komm, komm. Wo soll ich denn hin? In die Mitte vom Tor, ein bisschen nach hinten. Du willst direkt den Boden kaputt machen, den ich hier gerade frisch gebraucht habe, oder was? Der explodiert nicht. Los, keine Zeit mehr, Peter! Warte. Kommt um 19 Uhr die Folge heute, wenn die so lange geht. Ja, jetzt hast du mir wer durcheinander gebracht. Warte kurz. Der alte Mann wieder. Bin fertig gleich. Pass auf. Zack. Ah, das ging super gut. Ah, hier. Oh. Jetzt, jetzt hab ich, ja. Steh. Warte. Jetzt bin ich an die andere Kanone gegangen. Mom. Muss ich mir vorstellen, wenn hier die Leute so durchreiten, Mom. Und? Wie schieß ich? Aus. Oh. Boah. Alter. Alter, was war das denn? Hattest du deine Rüstung an? Ja, alles hatte ich an. Und ich seh nur so einen riesigen Klotz, der mich zufliegt. Ich war am Essen gemütlich. Boah, geil. Ich hab gedacht, dass dir so viel Schaden macht, ey. Warte, nicht, nicht meine Sachen. Meine Sachen. Meine Sachen. Oh, wie cool. Krass. Du bist super langsam geflogen, ne? Ja, da kannst du ja rumtanzen. Oh, oh, warte, warte. Oh, wie perfekt ich dich immer getroffen hab. Ich hab gedacht, der fliegt viel weiter. Du hast dich genau am Kopf getroffen. Und weißt du, wie sie angedacht hat, als du hier eingeschlagen bist jetzt gerade? Wie ein Pfeil. Ja, super. Ja, so soll es auch sein, ey. Okay, ja. Ja, die Kanonen lohnen sich auf jeden Fall schon mal, ey. Ja, wenn du damit einen triffst, ne? Ja, genau. Es ist so schwer, jemanden zu treffen wahrscheinlich. Aber guck mal, sieht doch schon ganz gut aus. Müssen wir nur ein bisschen das Torner upgraden und, äh, ja, die Zugbruch können wir dran machen. Ja. Oh. Boah, heftig. Überleg mal, du hattest voll dir Equipment Chant in dir nicht gewonnen. Ja, ich war instant. Super krass. Und er war nur, also es hat wirklich ausgesehen, wie so, der ist so langsam geflogen bei mir. Ja. Ja, bei mir auch. Und ich war noch am Essen so gemütlich. Ich dachte so, ah, ich mach mich mal voll abweh. Tot. Ja, Job, ey. Dann war ich einmal weg. Aber gut. Ne? War das die Richtige? Was? Ist das aber gut? Ja, ja, ja. Alles, aber gut. Aber gut, dann würde ich an dieser Stelle sagen, das war's von heutigen Folge Castle. Kommt wahrscheinlich, wie gesagt, wirklich um 18 Uhr. Ähm, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein, habt einen wunderschönen Tag und guckt bei Peter vorbei. Tschüss. Tschüss.